das war ganz schön anstrengend in der letzten folge haben wir unsere neue klinge ausprobiert wo ist sie denn da die sakura klinge haut ordentlich rein ich bin sehr zufrieden mit ihr ich bin mal gespannt wie lange sie uns doch begleiten wird ich hoffe lange jedenfalls bin ich im observatorium und hoffe dass ich eine konstellation sehen werde da ist besenkonstellation gefunden ich frage mich zu welchen mädchen der gehört jetzt das erwähnt das ist wirklich ja sieht wirklich aus als ob es ein besen ist gut haben den besen gefunden ich weiß gar nicht zu wem die besenkonstellation gehört also ich dachte zuerst an tabata oder an junis aber ich glaube sie gehört zu melodie wenn du dir so einen auf hexe macht und so und da war das natürlich am naheliegendsten guck mal einfach mal auf jeden fall gehe ich jetzt erst mal wieder ab ins bettchen wir haben viel erlebt viel loot eingesammelt ist wobei das kann ich vielleicht erst mal noch verteilen dafür ist sicherlich noch zeit gucken wir einfach mal so kann ich hier irgendwas natürlich nicht weder noch kleidungsstück ich weiß nicht genau wie ich das sortieren soll es ist echt schwierig wahrscheinlich gerne schon die ganzen metalle hier ist das vielleicht altmetall das vielleicht jetzt nicht aber der rest so halbwegs zufrieden schaffst mittel meter meter cross auf jeden fall sieht mein ofen aus wie ein pokémon das ist cool moment moment halt stop da ist etwas silber was macht das silber hier soll eigentlich alles ich habe da so ein bisschen probleme weil hier ist einfach viel zu wenig platz das ist wirklich nur metalle sind so ich meine da kommen noch gold und platin dazu es wird nicht leichter gut oben ist dann quasi der rest der rest vom schützen fest so glaube ich auch leute gehen die das einfach alles direkt verkaufen oder so aber das kann man immer gebrauchen das ganze zeug hier auf folgeschwinds einfach nur darum geht die eigenen das schmieden hochzuleveln oder so selbst dafür ist das noch sehr gut zu gebrauchen und das geld ja meine güte das was ich dann geschmiedet habe kann ich dann auch noch gut verkaufen wer könnte das denn sein guck mal hallo war das etwa der pro deck der dachte es war lustig nachts um wie viel wir gucken kurz nachts halb zwei gegen meine tür zu hämmern anscheinend ja ich sagte ja er wird ein noch größeres problem für uns werden macht es uns relativ schwer erst geht unsere kleinen psycho sachen los und dann wird es richtig böse und ich habe glaube ich kein krippelmittel mehr das ist natürlich nicht so gut kann ich mir mich selbst herstellen krippelmittel rotgras rotgras das machen wir mal schnell das dürfte ich noch zusammenkriegen so krippelmittel für raguna perfekt ähm wo ist es da jetzt alle auf einmal noms okay und schon ist die krippe überstanden das geht immer ganz einfach in dem spiel So, ein wunderschöner neuer Tag. Alles perfekt. Oh, heute ist großer Erntetag, möchte ich mal anmerken. Ich kann ja mal testhalber einfach mal alles hier so lassen, um zu sehen, wie viel Cherry davon schon wegkriegt. Wie viel davon quasi schon weggeräumt bekommt. Und das sind jetzt alles an Süßkartoffeln, alles an Auberginen und hier zweimal Karottenfelder. Kann ich, wie gesagt, testweise mal draußen lassen und dann am Abend oder am nächsten Tag räume ich dann den Rest selbst weg. Aber nur so für mich halt, um zu wissen, wie stark ich Cherry quasi schon belasten kann. Trotzdem, dass wir alles schön gießen. Ich bin so froh, dass es so leicht geht mit dem Gießen. So, das erleichtert wirklich vieles. Gehen wir erstmal wieder Bürstrunde durch. Mit kleinen, süßen Tierchen. Ich hab euch lieb. Und dann würde ich direkt auch gleich Kastanien sammeln gehen, tatsächlich. Vielleicht nicht das spektakulärste, aber Kastanien sammeln ist, denke ich mal, auch nicht schlecht. Und mit der neuen Klingel würde ich mich vielleicht auch wieder auf die Wadeinsel hochtrauen. Und, naja, mal gucken, wie weit wir da auch kommen. Machen wir heute vielleicht auch noch. Dann könnt ihr auch wieder ein paar neue Sachen sehen und so. Ist, denke ich mal, ganz cool. Ja? Ja, ein ganzer Freund, da bist du. Hallo? Hallo? Pa-pau, pa-pau. Ja. Bei dir so? Ja, ihr seid alle ganz glücklich. Das ist die Hauptsache. Ist gut, Sean. So, ich hab da ganz aufgepasst. Bei Wati. Es ist, denke ich mal, noch nackig. Ja. Ich kann auch trotzdem mal... Sean ist so bezaubernd. Das ist beim Wiesen helfen. Sean, ich zähle auf dich. Gut. Es hat Sean auf jeden Fall auch eine Aufgabe. Falls ich mal irgendwie halt auch vergessen sollte, zu gießen. Oder oh, mächtig werde vorher wegen irgendwas oder so. Es ist immer gut, dass ich jetzt noch jemanden habe, der da auch mal drauf guckt. Und wenigstens halt einen Teil erledigt. Ich kann doch mal gucken, wie die Freundschaftspunkte inzwischen sind. Okay, und dort schon drei. Oh, Sean hat schon eins. Und Sheffield auch. Das ist schön. Und Jerry hat aber auch erst noch zwei. Da freue ich mich, wenn Jerry irgendwann mal drei hat. Weil das dann exponentiell, glaube ich, besser läuft. Gucken wir einfach mal, ne? Wir kümmern uns heute aber erstmal nur um die Kastanien und um eventuell die Wahlinsel. Das ist jedenfalls der Fahrplan. Und wenn ich immer sage, für heute meine ich jedenfalls immer der Tag im Spiel. Ja, also nicht für heute die Aufnahme, die ihr gerade seht, sondern wirklich nur hier und so der Tag. Weil ich weiß nicht, ob wir das aber alles in einer Aufnahme schaffen. Und dann muss ich halt eben am Ende doch mal einen Cut dazwischen machen. Weil es ja immer doch ein bisschen länger dann dauert. Und ja. Ich bin ja auch glücklich. Ich bin ja eigentlich auch gleich. So. Ich muss mal gucken. Hm. Ich sehe jedenfalls gerade keine Kastanien. Doch, ich sehe eine. Da ist sie. Sogar zwei. Ich bin ja gar nicht, dass ich mich den super, super Bäm gemacht habe. Hier muss doch auch noch eine sein. Nö. Wie doof ist das denn? Nur zwei lausige Kastanien. Was sagst du dazu, Kyoto? Jetzt habe ich Kyoto überhaupt eine Ahnung. Ich frage mich. Ach schade. Ich hätte sein Kindes zufälligerweise gerade heute, wie er Insel hier schwebt. Aber nein. Sie ist am Ohrenturm. Natürlich. Die sind schon schön voll aus. Da kommt ordentlich was runter. Da kommt sogar alle runter schon. Ey Baum, lass mal fallen, die Scheiße. Boom. Nee, es kommt nicht immer alles runter. Es lohnt sich auf jeden Fall immer noch dagegen zu schlagen. Ah, hier kam nämlich schon was runter. Kommt doch was runter. Verrückt. Da baum heute wirklich sehr viel noch drauf. Nö. Nö. Die anderen sind eigentlich alle sonst nicht einmal leer geworden. Na gut. So, damit du nicht so eine Nerve krummstöhns. Das ist einfach mal ein bisschen Marmelade. Dankeschön. So. Jetzt wird eingesammelt. Ach, ich liebe Esskastanien. Maronen sind so geil. Ich habe heute erst wieder welche gegessen und habe noch zwei Packungen. Ich glaube, ich mag für nach der Aufnahme noch eine. Könnte ich mich reinlegen, ey. Gott ist gegeben, ey. Wurde mir jahrelang vorenthalten. Immer so, das essen wir nicht, Susan. Das schmeckt nicht. Doch, das schmeckt. Das ist einfach andere für mich entschieden haben, dass es mir nicht schmecken wird. Finde ich nicht okay. So. Manchmal ist es immer so, spätestens alle zehn Tage gehe ich halt eben wirklich auch nochmal die ganzen Bäume ab. Weil dann müsste immer in der Regel alles nachgewachsen sein. Vielleicht wäre es sogar alle fünf oder acht Tage oder so besser. Aber ich bin jetzt auch nicht so der Experte in dem Spiel. So. Weil man kann hier auch Cherry nicht ernten. Das muss ich auch alles selbst machen. Oh, ich wundere mich echt. Aber ich dachte, ich hätte meine Hand dafür ins Feuer legen können, dass die Maronen erst im Winter da sind. Und dass wir jetzt einen Herbst Äpfel haben. Ich weiß nicht, für mich ist ein Maronen immer was sehr winterlich ist, was weihnachtlich ist. Und Äpfel ist für mich mehr so, ich weiß nicht, Herbst. Aber naja. Wer versteht die verrückte Welt von Boom Factory Front hier schon? Ich nicht. Guckt ihn euch an. Kyoto liebt diese Ecke da vorne sehr. Das ist sehr schlimm mit ihm. Gut. Dann kann ich aus den Kastanien ein bisschen was kochen. Irgendwie doch was in den Kastanien machen oder so. Und die dann verzehren. Stimmt? Hallo, Jimmy. Sie hat mir dieses Haus verlassen. Erst leckte das Dach pausenlos. Sitzen macht drei Tage richtig Spaß. Alter, du machst mich fertig. So, ist hier schon? Ach, sie erntet noch. Ja, sie esst, erntet noch. Sehr gut. Chubby schafft schon sehr viel. Ob Chubby auch die ganzen Aubergine mit erntet? Ich glaube, an Karotten wird es schwierig. Ich bin gerade gespannt. Oh, da fliegt die ganzen Aubergine, glaube ich, hin. Da musst du mir keine Gedanken machen. Cool. Sehr gut, Cherry. Jetzt macht er sogar ein bisschen was an den Karotten. Das ist schön. Ach, schön, wenn man sich auf alles so verlassen kann. Ich denke, alles wird er nicht abernten. Ich glaube, an Karotten wird er irgendwann aufhören. Aber spätestens, wenn er einen Freundschaftspunkt mehr hat, wird er das dann auch vollständig machen. Da bin ich relativ zuversichtlich. Ähm. Jetzt kommen wir erstmal als Kose im Süßkartoffelnlager. Gebratene Reisbällchen. Was war denn das hier? Gerostete Kastanien. Das klingt doch schon mal geil. So. Ähm. Hier. Orangen. Orangen sind momentan trotzdem noch da trennt. Hm. Weil sie einfach noch da sind. Oh. Oh. Okay. Das ist gleich ein bisschen albern. Jetzt mache ich, glaube ich, auf das Queen dann einfach weiter. So. Gut. Mache ich dann später mal zwischen den Folgen oder so. Wobei bei den Kastanien könnte ich ja schon mal gucken, was ich da draußen tolles kochen kann. Ach, schau mal einfach mal. Erstmal alles genießen. Und dann ein bisschen gucken. Ja, Gas gibt. Aber ich glaube, 14 Uhr wird er Feierabend haben. Dann übernehme ich wieder. Oder? Letztendlich eine Sekunde. Was sagt Flos? Er macht weiter. Mensch. Ich glaube, Jerry macht das gesamte Feld. Ohne Scheiß. Alter, Jerry. Cool. Ich stelle mir noch ein Herz mehr und da ist schon das gesamte Feld dann bereit. Cool. Das ist alles gemacht, Jerry. Hätte ich nicht gedacht. Geil. Da hat Jerry einfach mal das gesamte Feld überarbeitet. Das macht mir schon ein bisschen an. Das ist geil. Okay. 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 Ich müsste ja eigentlich dann schon bei zwei, spätestens drei Freundschaftspoken, das auch alles schon bewässern und von alleine. Das ist praktisch. Also spätestens im Frühjahr nächstes Jahr muss ich mir da keine Sorgen mehr machen und lass das alles machen. von denen. Das ist doch ideal. Das ist doch ideal. Richtig geil. Wie viel Geld habe ich jetzt nochmal? Ah. Oh. Eine Sekunde. Ich bin jetzt wieder so am rumschludern, rumschlendern. Hallo. Eine Sekunde. Ich mache gleich ein Bad. Ich gehe gleich ins Bad. Nein, nein, nein. Bleib hier. Ich will dir einen Fisch schenken, Cinnamon. Cinnamon. Nein, Cinnamon. Bist du ein Vollidiot. Cinnamon, ich habe dir einen Lachs gefangen. Hier. Cinnamon. Scheiße. Cinnamon. Oh, Gott sei Dank. Hier. Danke. Dieser Lachsebente ist schon mehr warm am Ärmer als auf dem Boden. Nein, Cinnamon. Das hast du dir nur eingewildert. Der Lachs lag nicht mehr warm als schon auf dem Boden. Tja. Ich weiß, wie man mit Frauen umgeht. Gut. Jetzt schnell ein Bad nehmen. Vielleicht nochmal zu Selfie. Ein, zwei Rezeptbücher kaufen. Eher eins. Und dann auf zur Wallinsel. Mit meiner neuen Klinge. Und dann schauen wir mal, wie weit Bilder diesmal kommen. Hallo, Yummy. It's my dream to go traveling to all the hot springs. There used to be a hot spring where a giant tree stump was used as a tub. That one was really nice. But you can't make that tub even if you try. Okay. Sie tut immer das bei... That would be ten gold. Das D immer so verschlucken. Also man versteht eigentlich immer, that would be ten gold. Das D ist so leise. Das stört mich irgendwie total. Das finde ich in Ordnung. Machen wir es eigentlich nicht einfach. Das normal. Gut. Ähm... Ja. Gucke ich nochmal ganz kurz mal Selfie vorbei. Und dann geht's ab hoch. Dann will ich hier mal herausfinden, wie gut meine Klinge oben ist. Nicht nur unten. Das Ding irgendwie doof war. Das tun wir uns verbeidend so mal parallel so ein bisschen vorkämpfen. So, so... Voll mysterious und so. Ich könnte auch bald schauen, dass ich bessere Rüstungsgegenstände auch wieder bauen kann. Ich habe ja jetzt ein paar neue Items, die ich doch schon mit dem Gegner bekommen habe. Und kann da jetzt auch sechs Slots benutzen und nicht nur vier. Und Selfie ist gar nicht da. Das finde ich ziemlich scheiße gerade. Also, gut. Auf jeden Fall gibt es da auch noch einige Möglichkeiten, mich weiter zu verbessern. Und natürlich die normalen Level-Ups. Na gut. Viel Gegengift habe ich eigentlich dabei. Ich hoffe doch, halbwegs genug. So, fünf, sechs Stück wären schon nice. Jummi. Hallo, Wal. Darf ich dich um einen Gefallen bitten? Äh, worum geht es? Kannst du dieses ohralte Schloss auf meinem Rücken? Kennst du das? Das ist das Schloss von denen, die den Geistern am nächsten sind. Ich habe mir doch erzählt, dass die Macht der Runen aus dem Schloss mein Bewusstsein erweitert haben. Im Wasserturm des Schlosses lebt ein Monster. Es wollte dort leben, weil es sich dort wohl fühlte. Also habe ich es ihm erlaubt. Aber in letzter Zeit hat es wohl vergessen, dass es auf meinem Rücken lebt. Und hat viel herumgewütet. Jummi, würdest du hingehen und es bestrafen? In Ordnung. Vielen Dank, Jummi. Aber so, ja, okay. Ich verklappe einfach mal irgendwelche Leute. Ja, ja, kein Problem. Jo. Oh Mann, gut, dann machen wir das. Ein Endgegner ist das quasi. Aber bis wir den, keine Sorge, bis wir den treffen, da war es noch. Äh. Ich würde sagen, wir haben... Ich glaube, wir haben noch nicht mal die Hälfte von dem Dungeon hier erforscht. Also wenn ich die ganzen Abschnitte und Dinge durchgehe, die wir gefunden haben. Also es liegen noch einige Abschnitte vor uns. Es ist noch ganz schön viel. Deswegen, da da auch so ein Linear ist, da Dungeon, brauchen wir da mal relativ viele Abkürzungen, wie die hier. Weil das sonst unmöglich ist, da jedes Mal so einen übelst langen Weg zu gehen. Das ist echt zu brutal. Ich gehe mit Tapisch 5. Das reicht. Obwohl, wenn ich hier immer manchmal durchgehe. Jetzt ist Kiyoto doch vergiftet worden. No. Oh, hier, Dicken. Und die so, wie sinnest du, Dicke. Du bist fett. Gut. Dann steige ich erst mal ab. Gut. Ich will absteigen. Ach so, ich drücke auf das L2. So. Und die kleinen Schrubsis. Das ist Kassner-Damage. Kiyoto, pass auf. Kiyoto. Kiyoto, komm her. Kiyoto. Kiyoto, komm bitte her. Kiyoto, komm. Kiyoto, hier. Hier. Oh Gott sei Dank. Ich dachte schon, da wäre man von der Frucht erwischt worden. Dann wäre es böse geworden. So. War jetzt kurz ein bisschen spannend, ob ich jetzt wieder doch irgendwie überrollt werde. Aber nee. Nee, diesmal nicht. Diesmal habe ich auch straight diesen Weg hier genommen. Dann sind wir im Abflusssystem der Walinsel. Wuhu. Mit kleinen süßen Elfen. Die man kaum sieht. Verfliegen sie. Hallo. Kleine Elfe. Ich verprüfe dich. Okay. Das würde sein doch. Wir haben auch eine Billigkleidung. Ist das fallen lassen? Nee. Schade. Aber es gibt Filze. Cool. Würde ich jetzt hier nochmal gucken. Eigentlich würde ich nochmal hochgucken, was da war. Aber ich glaube auch einfach nur eine Schatztruhe oder so, wo nichts Besonderes drin war. Wir gehen einfach mal hier erstmal weiter. Hier, das sind übrigens voll die krassen Bayblade-Shirtgröten. Ist auch erstmal alles kaputt. Bim, bam, stirb. Gib mir irgendwie krasse Feenstaub oder so. Wenn die will ich Panzer haben. Schade. Gibt es was dabei? Ein Gegengift. Und noch ein Gegengift. Immerhin. Das spielte ich manchmal mit. Auf dem Weg hier oben brauchen wir immerhin einige. Ach stimmt. Da war ja was. Ich glaube, da rein ich lieber so durch. Die Sache ist nämlich, ihr seht, hier kommt immer so Strahlen raus, die einen dann treffen. Und das macht Aua. Wie es gerade die Kyoto Aua gemacht hat. Deswegen dachte ich mir ein bisschen so klug. Ich dachte rein, das ist ja schnell durch. Bin hängen geblieben. Und was passiert? Kiono kriegt voll eins aufs Fressbrett. Deswegen versuche ich da unten immer ganz schnell durchzugehen, weil das sonst zu viel Schaden macht. Das ist sonst Kacke. Oh, Bambussprosse. Noch eine Bambussprosse. Ich sammle einfach mal alles voll krass ein. Oh mein Gott. Purpur-Kras. Welches irgendwie weiß aussieht. Aber egal. Das ist weißes Gras. Das ist doch nie im Leben Purpur. Oh, was ist das denn für eine Farbeinstellung? Gut. Jetzt kommen noch die Bambussprossen mit. Und die Pilze. Was wäre die Welt ohne Pilze und Bambussprossen? Und da ist gleich nochmal was. Dann geht's Kyoto auch gleich ein wenig besser. Wenn er irgendwann mitkommt. It's Beyblade, it's Beyblade, it's Beyblade. Let it rip und so weiter. Bruder! Böse Schildkröter. Ich glaube, ich bin voll im defensiven Modus. Kann das sein? Oh, Kyoto hat sie richtig gerade halb angenommen. Danke, Kyoto. Da trinke ich mal einen Trank drauf. Da kaum was bringt. Aber hey, cool. Wir haben einen Trank getrunken. Oh Gott. Ich glaube, es hat Kyoto erwischt. Weißt du was? Ich habe keinen Bock auf dich. Ich gehe weiter. Noch mehr von euch. Wir müssten ja irgendwann zu einem großen Schloss kommen. Und zu einem Turm oder so. Zu einer Burg. Irgend so etwas. Hi Leute. Ah, das ist noch eine Kiste. Da gehe ich auch nochmal kurz hin. Yay, Krippemittel. Das habe ich mir schon immer gewünscht. So, und jetzt müsste ich aber gleich bei einem Gebäude hier ankommen. Hier kommt glaube ich Einhörner oder sowas. Ja! Einhörner! Oh, wie es schlittert, wenn es läuft. Du bist ein kleines Einhörner. Ich will den Damage rausballern. Wie hält denn das aus? Yay, ich habe meinen Einhorn getötet. Jetzt bin ich hier irgendwie 100 Jahre verflucht oder sowas. Keine Ahnung. So, ja, geil. Ja, hier sind Einhörner und Feen und so ein Zeug. Und große Felder. Ähm... Hi. Ich glaube, hier komme ich sogar rein, ne? Das ist der Eingang, ja. Da gehe ich aber mal noch nicht rein. Da drinnen sind die Monster nochmal ein ganzes Stück stärker. Deswegen gucke ich mich jetzt gerade nochmal außen kurz um. Ja, das war's. Und da wollen wir in nächster Zeit irgendwann mal rein. Aber, naja, ich glaube, da fehlen uns hier und dann noch ein paar Mittel in Form von Stärke. Ja. Und ich glaube, meine Erinnerung lichtet sich langsam. Wir müssen, glaube ich, wirklich jedes Mal diesen langen Weg gehen. Was natürlich praktisch, wenn ich gute Tränke dabei hätte, um auch Kyoto hochzuheilen. Kyoto wird dann durch seine Level-Ups anscheinend auch nicht völlig aufgeladen, wie ich zum Beispiel. Das hilft mir zum Beispiel auch sehr oft. Und darauf kann Kyoto nicht zurückgreifen, was ja schade ist. Gut. Also muss ich bald wieder mehr so, oder was heißt wieder, bald mehr so in Richtung Pharmazin gehen. Mein Labor ausbauen lassen von, ähm, Kross. Machen wir am besten morgen direkt. Wir müssten ja ein bisschen Geld haben. So teuer war es ja nicht, oder? 10.000? 20.000? Äh, ich weiß gerade gar nicht. Wie viel Geld haben wir denn im Moment? 30.000? Das reicht. Auf jeden Fall. Gut. So. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen und sage ciao, bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, hier mit uns geht, ruhen Factor-Me-Frontier. Bye. Bye. Nein. 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 Ich sollte heute besser drin bleiben. Nein. Es ist draußen ein Sturm. Und wisst ihr, was das bedeutet? Oh. Ich werde ein bisschen schmieden, ein bisschen kochen und wir sehen uns dann am 12. Herbst wieder, was euch gleich ist, weil ich einen Schnitt machen werde. Aber für mich war das jetzt sehr, sehr traurig alles. Ich will gar nicht wissen, wie mitgenommen mein Feld sein wird. Nein. Nein.